So, jetzt ist er wieder bei mir. Dann gehe ich mal wieder nach unten. Ist ja auch blöd. Da hängen wir wieder hoch und runter zu rennen. Na, egal. Okay, also. Rakete in der Fresse schießen. Dann auf ihn schießen. Dann muss einer ihn festhalten, der andere muss ihn vermutlich injizieren, ne? So. Du hast nur die Verzweiflung des Inevitables. Bei der anderen ran. Ja, drauf schießen. Okay. Kann ich jetzt? Ich glaube, du musst dann... Ähm... Wir drücken. Schnell drücken. Okay. Okay. Ich gehe nochmal nach oben. Ich hole nochmal diesen Teil da. Hast du oben links bitte da auch so einen Kreis mit dem Serum angezeigt? Äh, oben rechts, ja. Oben links. Bei mir ist oben rechts. Aber bei mir ist oben links die Karte. Achso. Achso. So, du bist unten? Ja. Dann komme ich wieder nach unten. Ich laufe hier immer im Kreis. Ah, there you are. Hat's eine komische Stimme. So. Ich bin unten. Ja, ich auch. Pupi auch. Da. Oh, Junge. Also ich stehe zwei Meter von ihm entfernt. Der kann dem gar nicht ausweichen. Und trotzdem hat er es ihm gekriegt. Meine Herrschaften, halt. Wie nach oben. Und wie viele sind denn noch da? Meinst du, wir sind automatisch Game Over, wenn das nicht funktioniert? Ne, ich glaube, dafür ist das Spiel zu blöd. Also ich glaube, zwei, ich glaube noch zwei gesehen zu haben. Und eine dritte habe ich eingesackt. Huch, hallo. Also. Stand gewinnen. Stand gewinnen. Bleib bloß stehen. So, hat er. Dann Feuer mal. So, lass mal. Ja, ja, ja. Yes. Na. Wie, das war's? Da muss ich doch jetzt noch in irgendein Megavief verwandeln. Hat es funktioniert? Ich glaube so. Das war's. Das war's. Schuhe, er ist weg. Geh weg, schnell! Shepa! Komm schon! Komm schon! Komm schon! So ziemlich auf das Ende zugehen. Ja. Weil viel weiter wegrennen kann er ja jetzt nicht mehr. Es scheint, dass ich dich überrascht habe, Chris. Schau dich, Wesker. Es gibt niemanden, um dir zu helfen. Ich brauche niemanden. Ich habe Ouroboros. In less than five minutes, we'll reach the optimal altitude for missile deployment. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Das sah schmerzhaft aus. Ja. Ach, der hat doch nur mal kurz eben so am Bauch gekrault, das ist doch... Gekrault. So. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. ha ha. Ha ha. ho. Your feeble attempts only delay the inevitable. Wie häufig würden wir das eigentlich nicht sagen? Die neue Genesis ist in Hand und ich werde der Kreator sein. Ja, ich sollte schießen. Alles klar, ich werde mich nicht verletzen. 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 Losreißen, okay. Kriege ich hin. Was soll ich das denn machen? Was soll ich das denn machen? Oh nein, sie wird loslassen. Okay, ohne mich. Du bist schneller ohne mich. Oh. Hast du mich sterben lassen? Ja. Du wolltest es doch so. Nein. Das war nicht mal eine Sekunde war das da. Das war ganz kurz. Aua. Ich habe ein Mikrofon hingebohrer. Bereithalten? Ja. Er geht los. Oh, ist das ätzend. Globales. Globales. Saturation. Fünf Minuten. Klenkel da, ey. Das war ein fünfer. Na ja. Jetzt können wir zum Glück überspringen. Vorsicht, du bist dran. Jetzt können wir schon springen. Jetzt geht's ja wieder dran. Mit Losreißen. Genau. Überspringen. Schießen. Jetzt kann man überspringen. Jetzt, jetzt kommt's jetzt, jetzt geht's los. Jetzt bist du wieder dran. So trittst du mich einfach mal zu. Wenn du schießt, danke schön. Ladevorgang. Ladevorgang. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich weiß, dass das das letzte Dingens ist. Okay. Und ich weiß auch, dass man den nicht mit reiner Waffengewalt besiegen konnte. Das heißt, irgendwo hier war was zum... Guck mal, Kisten. Gewehrmunition. Schienengewehrmunition. Geld. Kistolenmunition. Wie kannst du nehmen? Ich habe aber sonst kein Kraut, um das irgendwie zu kombinieren. Naja, egal. Na dann. Ich habe gar nichts. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Ich habe mich schon seit Jahren zu verleten. Chris. Du hast eine Verlust. Es ist vorbei, Wesker. Es ist vorbei. Ich habe jetzt angefangen. Das war's für dich, Chris. Ladevorgang. Willkommen zu Doris. Ach, erst mal wegrennen. Wegrennen ist nicht gut. Du bist runtergefallen. Warum? Wie ungünstig. Du musst rennen. Ich muss rennen. Ich hab noch 50 Sekunden. Ich muss den Fernseher nicht ausschreiten. Die Menschen sind nicht so gut. Was ist denn? Komm, zieh dich hoch. Ziemlich hoch, Mensch. Oder musst du da jetzt rumrennen? Die Seite zu mir. Ich drück irgendeinen Stein weg. Okay. Ich drück dann einfach mal ganz lange klettern. Du scheinst dich auch noch ordentlich festhalten zu können. Alter, was sind das hier für Tastenkombinationen, ey? Hat den Stein geboxt. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt weiterklettern drücken. Du musst zu mir rüberhüpfen. Ja, genau. Da musst du weiterlaufen. Ich komm nicht weiter. Ne? Ich kann nicht springen. Ah, okay, ja. Jetzt konnte sie sich wieder von alleine hochziehen. Das ist ja... Wozu gerade weggeworfen? Ja. Ihr Partner ist tot. Okay. Ich konnte da nicht drüber. Das war kein Springen-Ding. Ja, vermutlich muss ich dann irgendwas machen, aber... So schnell? Ja. Äh. Ihr Partner ist noch nicht bereit. Ja, ich bin hier noch am... Machen. Ach, guck mal, die kann ich mitnehmen prinzipiell. Komm, was brauche ich in rotes Kraut, ähm, wenn ich kein grünes hab? Das Gewehr brauche ich auch nicht, glaube ich. So. Jetzt. Du hast gesagt, nicht mit reiner Waffengewalt. Ja. Ich kann mich mal daran erinnern, dass man da irgendwie im Kreis gelaufen ist, dann. An einer gewissen Stelle. Okay. Ich schüsse da wieder den Stein um. Ich kann hier mal in der Zwischenzeit verrufen, um ihn zu schießen. Verdammt, jetzt ist er außerhalb meines Sichtbereichs... Sicht... Sichtbereichs. Und jetzt? Weiß ich nicht. Er steht hinter dir und macht was komisches. Und dann fazer es hier... Ich live bei mir Downloads. Ich los appreciate, dann immer III Leute. Ich werde es Consumer heute семь. Vielen Dank.